Heute geht es um die Gamepad API. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um die Gamepad API. Das Ganze ist ziemlich cool und zwar könnt ihr dann im Browser mit so etwas hier mit so einem 0815 Gamecontroller den Browser bedienen und einfach lustige Sachen machen. Das Ganze ist jetzt noch nicht groß unterstützt, was heißt es ist eine experimentelle Funktion und deswegen werden wir sie heute mal mit Vorsicht genießen, was heißt wir werden einfach ein bisschen damit rumspielen, aber ihr erwartet keine große Funktionalität oder Browser-Unterstützung unter verschiedenen Plattformen. Was heißt ja, damit werden wir gleich loslegen. Wenn ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt, unten in der Videobeschreibung ganz oben wie immer ein Link zu dem Discord Community Server. Da könnt ihr einfach der Community joinen, Hallo sagen, euch austauschen, Fragen stellen oder neue Videos vorschlagen. Ansonsten ja, legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So und los geht's mit dem heutigen Tutorial. Heute werden wir wie gesagt ein bisschen was mit der Gamepad API machen und das was ich hier sehe, das ist im Prinzip das, was wir heute machen werden. Ihr seht hier einen Controller, der angeschlossen ist, in unserem Fall ein Xbox 360 Controller. Ich sehe hier zwei der vier Achsen, also die X- und Y-Achse, dann die Buttons, also X, Y, B und A und wenn ich hier drücke, seht ihr, dass sich die Eingaben verändern, beziehungsweise wenn ich den Joystick verändere, dann seht ihr, dass das wunderbar auch funktioniert, beziehungsweise dass ich hier Eingaben bekomme und das können wir natürlich später in irgendeiner Anwendung, in einem Spiel im besten Fall nutzen. Wir werden jetzt heute kein Spiel bauen, wenn ihr das gerne mal machen würdet, steht das unten in der Videobeschreibung. Also schreibt es doch mal unten in die Kommentare und in der Videobeschreibung steht natürlich wie immer der gesamte Code verlinkt. Grundsätzlich fangen wir jetzt erstmal an, indem ich erkläre, wo wir gerade stehen. So und zwar haben wir wie immer unsere Index-HTML, beziehungsweise meine Standardentwicklungsumgebung, die seht ihr hier. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, die ist ebenfalls unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten habe ich wie gesagt eine normale SAS, da machen wir heute nicht viel. Damit habe ich nur dafür gesorgt, dass hier die Sachen weiß sind und nebeneinander stehen. Wir haben eine Index-HTML, hier ist auch nicht wirklich viel, außer halt unsere Ausgaben. Was heißt, damit man überhaupt was sehen kann, habe ich das hier mal hinterlegt, ist komplett irrelevant. Das Einzige, was hier wichtig ist, jede dieser Ausgaben hat eine ID, damit ich die im Prinzip hier mit unserer Function.js, also in JavaScript ansprechen kann und hier ansteuern kann. Was heißt, ich ziehe mir hier im Prinzip nur diese Ausgabenfelder, sodass wir später im Video nur noch diese Variablen ansprechen müssen, um irgendwelche Ausgaben zu treffen. Mehr machen wir hiermit nicht, deswegen schließe ich das an der Seite mal und hiermit fangen wir jetzt an. Und zwar das Erste, was wir brauchen, ist, irgendwie müssen wir erkennen, gibt es einen Controller, den wir gerade benutzen können, beziehungsweise gibt es mehrere Controller. Das können wir ziemlich einfach und zwar sagen wir window. und dann add event listener, Anführungszeichen. Und hier sagen wir gamepad und dann connected. Wenn wir das, also wenn dieses Event triggert, dann sagen wir event und dieses Event soll uns eine Funktion abgeben. Und zwar in unserem Fall wollen wir erstmal console.log und dann event. Und hier wollen wir nicht event, weil da kriegen wir jede Menge Informationen, sondern wir wollen hier explizit gamepad, also ein bestimmtes Attribut in unserem Event Objekt im Prinzip auslesen lassen. Das Ganze speichere ich jetzt mal ab und öffne mit F12 die Konsole. Hier an der Seite seht ihr jetzt schon einiges. Und in dem Moment, wenn ich jetzt einfach mal den Button A auf meinem Game Controller drücke, seht ihr, okay, wir haben hier eine Ausgabe gekriegt und zwar kriegen wir als erstes eine ID. Das ist mehr oder weniger einfach der Name des Game Controllers, in unserem Fall ein Xbox 360 Controller. Wir kriegen einen Index, das ist einfach die Reihenfolge, welcher Game Controller das ist. Es gibt hier mehrere und wir können hier mehrere 360 Controller anschließen beispielsweise. Und irgendwie müssen wir die ja identifizieren können. Was heißt, hier sagen wir Index 0. Connected ist in unserem Fall True, was heißt, er ist gerade auch verbunden. Wenn man jetzt beispielsweise einen Bluetooth Controller hat und einfach die Batterie leer geht oder sowas, dann würde hier immer noch der Controller aufgeführt werden, allerdings Connected gleich False. Ein Timestamp von wann ist diese Abfrage? Ein Mapping ist Standard, das wird sich auch nicht größtenteils verändern. Und hier haben wir einmal alle 17 Buttons meines Game Controllers. Das unterscheidet sich natürlich je nachdem, welchen Controller ihr habt. Und auch die Reihenfolge unterscheidet sich hier. Was heißt, ich habe jetzt hier gerade den Button A gedrückt. Das ist der 0. Button quasi. Der steht hier auf True. Und die Achsen, was heißt, wir haben zwei Joysticks auf dem 360 Controller. Und jede dieser beiden Achsen hat im Prinzip zwei, also Y und X Achse der beiden Controller. Und hier sehen wir schon ein kleines Problem. Und zwar, ich fasse den Controller gerade nicht an und trotzdem haben die Achsen jeweils schon Werte. Und das ist einer der Gründe, warum man im Prinzip bei den Achsen immer, egal welchen Controller man hat, immer einen Threshold vergeben muss, ab dem das Event erst triggert, weil einfach solche Standardwerte immer mitgegeben werden, weil kein Controller so richtig mega gut konfiguriert ist, dass das hier wirklich 0 ist. Wir wollen das aber später als 0 auslesen, beziehungsweise wenn wir ein Spiel bauen wollen, wollen wir halt nicht, dass permanent jetzt beispielsweise sich der Kreis in der Mitte vom Screen mit 0,05 bewegt, was in diesem Fall der Fall wäre, wenn wir das so auslesen würden. Aber grundsätzlich, das ist unser Objekt, mit dem wir arbeiten werden. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Deswegen mache ich das hier mal wieder einfach zu, weil wir wollen uns das jetzt hier auslesen lassen. In unserem Fall wollen wir jetzt wie in einem Spiel auch erstmal dafür sorgen, dass wir uns eine Draw-Funktion, einen Animation-Frame erstellen. Das heißt, wir sagen Window Punkt und dann wollen wir jetzt einfach WeQuest Animation-Frame und in unserem Fall sagen wir Draw. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Funktion. Diese Funktion heißt Draw. Ihr könnt das auch Game nennen oder wie auch immer. Es ist einfach unsere Standard-Animations-Funktion, die sich abhängig von der FPS-Rate eures Gerätes bewegt. Was heißt, die rufen wir jetzt permanent auf, in meinem Fall 60 mal pro Sekunde. Was heißt, mit dieser Rate tasten wir auch die Controller-Eingaben ab. In unserem Fall haben wir jetzt hier, starten wir die endlos und wir können jetzt hier etwas ausgeben lassen. Und zwar sagen wir eine Konstante und sagen wir Gamepads gleich Navigator Punkt und dann Gamepads. Und das ist eine Funktion, die kommt von der Gamepad API. Und damit können wir jetzt arbeiten. Was heißt, wir gehen jetzt einfach als erstes für jeden Gamecontroller, den wir erkennen, einmal durch unsere Gamepads Punkt Lengths durch unseren Array durch und wollen natürlich die Ausgaben dieses Gamecontrollers uns ausgeben lassen. Wir kontrollieren das aber sicherheitshalber im Vorfeld. Was heißt, wir sagen Gamepads neben das Objekt unseres Arrays, was wir gerade haben und sagen erstmal, gibt es das überhaupt? Und das nächste, was wir machen ist, wir lesen das noch einmal aus und sagen, okay, wenn es das gibt, ist das dann auch connected. Wir wollen das nur auslesen, wenn es auch verbunden ist. Wenn es nicht verbunden ist, wollen wir das gar nicht erst auslesen. Und dann wollen wir eine Funktion starten, in unserem Fall Update und sagen Gamepad. So, und hier geben wir jetzt unser Gamepad, Klammer auf, I weiter. Was heißt, unser Objekt wird weitergegeben. Und wir müssen uns jetzt hier drüber noch eine weitere Funktion machen und zwar Update Gamepad. Und diese Funktion erwartet Gamepad als Attribut. Und hier können wir jetzt im Prinzip später alles ausgeben, was wir machen wollen. Wir haben hier, starten wir ja, wie ihr seht, eine Funktion. Und wir wollen hier unser Gamepad, was wir gerade haben, auch ausgeleben lassen. Was heißt, wir sagen jetzt hier Gamepad, beziehungsweise, ja, das können wir auch da oben eigentlich machen. Das erste, was wir hier machen, ist zu sagen Gamepad, also diese Variable, beziehungsweise das nennen wir anders Gamepad Name, wollen wir hier ausgeben lassen und zwar Gamepad Name.inna.html, Gamepad.id. Und das Ganze speichern wir jetzt ab. Und in dem Moment, wenn ich meinen Controller bewege, sehen wir hier, zack, okay, ich habe jetzt den Namen meines Controllers schon mal erkannt. Und jetzt wollen wir weitermachen mit den Achsen. In unserem Fall sage ich jetzt als erstes mal die x-Achse. Hier sagen wir wieder inner.html, damit wir unsere Ausgabe zuweisen können. Und was wir jetzt machen können, ist einfach Gamepad.axis. Das ist, das war falsch, axis. Das ist nämlich ein Array aus vier Werten. Und hier sagen wir der 0.Array. Das habe ich im Vorfeld einfach ausprobiert und ich sage, okay, das ist bei mir der 0. Wert in diesem Fall. Und wenn ich das jetzt hier einspeichere, kann ich das ausgeben lassen. In unserem Fall, wenn ich jetzt den Controller bewege, sehen wir hier wunderbar einen Zahlenwert. Wenn ich den Controller runterdrücke, rüberdrücke, ist das 1. Wenn ich ihn auf die andere Seite drücke, ist es minus 1. Das funktioniert wunderbar. Aber ihr seht hier auch dieses Problem, dass sich jetzt permanent mit 0,036 etwas bewegt. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir sagen jetzt hier Gamepad.axis. Größer, gleich und dann sagen wir Threshold. Threshold. Oder wenn das Ganze kleiner ist als unser Threshold. So, das machen wir jetzt hier hinter. Kleiner ist als minus Threshold. Den müssen wir jetzt natürlich noch definieren. Das heißt, wir sagen jetzt hier oben eine Variable Threshold gleich 0.2. Und wir wollen das nur ausgeben, wenn es 0.2 ist. Das heißt, entweder es ist größer als 0.2 oder es ist kleiner als minus 0.2. Falls wir halt in die andere Richtung uns bewegen, dann soll er uns etwas ausgeben. Nämlich in unserem Fall einfach den Wert. Was heißt, den Wert, den wir hier haben, soll er uns ausgeben. Und wenn das nicht der Fall ist, soll er uns 0 ausgeben. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Und in dem Fall, wenn ich jetzt den bewege, sehen wir hier, wenn ich ihn ganz leicht bewege, passiert nichts. Erst wenn er über 0,2 geht, dann wird irgendwas ausgegeben. Was heißt, das Ganze hier funktioniert wunderbar. Wir können uns das jetzt einfach einmal kopieren. Zack, machen uns das hier drunter. Und sagen hier Y und sagen hier der zweite Wert. Also 1 im Array sollen wir ansprechen. Speichern wir ebenfalls ab. Und jetzt haben wir hier zwei Werte, die wir ansprechen können. Wunderbar. Ihr seht auch, die Abtastrate mit 60 FPS ist sehr responsive. Also es geht natürlich besser, aber es reicht aus, um damit ein wunderbares kleines Spiel zu bauen. Und das nächste, was wir machen, ist genau dasselbe mit den Buttons. Das heißt, wir sagen xButton. Punkt in der HTML wollen wir uns das ausgeben lassen. Und wenn unser Button, beziehungsweise unser Gamepad hat ebenfalls hier ein Array mit Buttons. Und hier sagen wir der erste Wert. Das ist in unserem Fall halt A. Das heißt, wir müssen hier auch A ausgeben. Wenn da eine Variable drin ist, nämlich pressed und wenn die true ist, beziehungsweise einfach, wenn wir sagen, ist pressed, dann soll etwas passieren. In unserem Fall soll dann true ausgegeben werden. Und wenn das nicht der Fall ist, soll false ausgegeben werden. Das Ganze kann ich jetzt hier speichern und aktivieren. Und wenn ich jetzt A drücke, seht ihr hier, es ist false oder halt true, wenn ich drücke. Ihr habt hier in Buttons, in dem Objekt Buttons, mehrere Werte. Ihr habt hier Value, ihr habt Pressed und ihr habt Touched. Touched ist ein Wert, manche Controller unterstützen das. Die erkennen, wenn ihr einen Controller, also den Joystick, einfach nur berührt. Also wenn ihr nichts macht, ihn einfach nur berührt, dann kriegt ihr ein Event. Das hat nicht jeder Controller. Deswegen würde ich es prinzipiell eigentlich eher weniger nutzen. Sondern ich würde hier einfach mit pressed arbeiten. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und wir können das jetzt einfach dreimal kopieren. Und zwar einmal noch für unseren B-Button, für unseren X-Button und für unseren Y-Button. Und hier müssen wir jetzt einfach sagen, das ist 1. Unser Y-Button müsste theoretisch, also unser X-Button müsste theoretisch 2 sein und unser Y-Button 3. Das Ganze habe ich jetzt mal abgespeichert. Ich drücke jetzt mal Y. Y wird erkannt, X wird erkannt, A wird erkannt, B wird erkannt und hier unsere Eingaben mit unserem Joystick werden ebenfalls erkannt. Damit könnte jetzt theoretisch ein Spiel spielen. Also man könnte jetzt, wenn man jetzt ein bisschen weiter geht, hingehen und sagen, okay, in meiner Draw-Funktion habe ich jetzt eine variable Anzahl von Controllern. Für jeden Controller erstelle ich ihn jetzt beispielsweise in einem Canvas-Tag einen neuen Kreis. Dieser Kreis kriegt oder wird mit den Parametern aus Gamepad Update im Prinzip gefüttert. Also man könnte jetzt hier sagen, ich möchte hier was returnen und zwar beispielsweise einfach ein neues Objekt mit den Eingabewerten, sodass etwas passiert. Das heißt, man könnte das jetzt einfach als Eingabemethode nutzen, um einen Kreis auf dem Monitor rumzuschieben. Und für jeden Controller, der sich verbindet, wird einfach ein neuer Kreis hinzugefügt, den ich wieder mit dem Controller steuern kann. Das Ganze ist ziemlich cool. Wir können auch in Zukunft gerne mal ein kleines Spiel bauen, wie, keine Ahnung, Snake oder so etwas ähnliches. Wenn ihr das noch machen wollt, schreibt das in die Videokommentare. Das würde jetzt den Rahmen dieses Videos deutlich sprengen. Ich finde, es ist eine ziemlich coole Funktion, falls ihr mal ein kleines Spiel in eurem Browser machen wollt oder ganz neue Gamecontroller-Eingaben bereitstellen möchtet. Und zum Beispiel, ja, wenn ihr in Steam Big Picture irgendwie eine Webseite bereitstellt, dass Leute die besser mit dem Gamecontroller bedienen können, wäre jetzt ein sehr spezieller Fall, sage ich mal. Ich glaube, es ist eher ein Einsatzfeld, falls ihr mal ein kleines Spiel im Browser bauen wollt. Ist das, finde ich, eine ziemlich coole Eingabemethode. Ihr könnt natürlich hier auch jeden anderen Button ansprechen. Ihr könnt auch beide Controller, also beide Achsen nutzen, falls ihr irgendwie in 3D-Raum seid. Wie gesagt, das könnt ihr frei bedienen. Es ist ziemlich einfach. Ich finde, es macht eine Menge Spaß. Und schreibt doch mal in die Videokommentare, was ihr gerne damit machen würdet oder machen wollt. So, das war es schon wieder für diese Woche. Werde euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, schreibt mir einfach unter dem Video auf Twitter, Facebook, Instagram oder auf Discord. Und ansonsten, ja, könnt ihr diesen Channel unterstützen auf Patreon oder halt auf Amazon Affiliate. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß. 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 Untertitelung des ZDF, 2020